Diese Woche vom Schwarzwald bis zum Schwarzen Meer, die Donau. Heute Verbindendes und Trennendes. Über die Donau als Geschichtsraum berichtet die Historikerin Elisabeth Zeilinger. Die Donau ist der europäische Fluss. 2888 Kilometer erstrecken sich zwischen der Quelle im Schwarzwald und der Einmündung in das Schwarze Meer. In der Antike gab es für die Donau zwei Bezeichnungen. Der griechische Name Istros bezog sich vor allem auf den Unterlauf, der römische Name Danubius auf den Mittel- und Oberlauf. Heute liegen zehn Staaten an diesem Strom. Deutschland, Österreich, Slowakei, Ungarn, Kroatien, Serbien, Rumänien, Bulgarien, Moldawien und Ukraine. Flüsse fungieren seit jeher als Verbindungswege und sie bieten an ihren Ufern Platz für Siedlungen. Es sei nur an die berühmte Venus von Willendorf erinnert, die 1908 beim Bahnbau in der Wachau gefunden wurde. Ihr Alter beträgt etwa 30.000 Jahre und sie gilt als eines der wichtigsten prähistorischen Objekte überhaupt. Heute fließt die Donau durch vier Hauptstädte. Wien, Bratislava, Budapest, Belgrad und viele für die europäische Geschichte bedeutende Orte liegen an diesem Fluss. Im 19. Jahrhundert war sie identitätsstiftend für die Donaumonarchie. Sie verbannt Österreich und Ungarn. Die Donau mit ihrer West-Ost-Flies-Richtung war auch immer eine Grenze. Vom römischen Limes bis zur Militärgrenze der Habsburger. Jahrhundertelang bildete der Strom einen Teil der Grenze zum Osmanischen Reich. An den Grenzorten gab es Quarantänestationen gegen die Pest. Die Maßnahmen waren dreistufig, je nach epidemiologischer Bedrohung. In gesunden Zeiten wurden dort nur Woll- und Baumwollsachen zur Vorsorge gegen eine Infektion in der Donau gewaschen. War die Pest in einer fernen Provinz des Osmanischen Reiches ausgebrochen, mussten alle Gegenstände und waren gelüftet, gewaschen und geräuchert werden. Darüber hinaus wurde eine Isolation von zehn Tagen verhängt. Die dritte Stufe trat in Kraft, wenn die Pest bereits in der Nähe war. Dann gab es 20 Tage Isolation für Personen und Waren. Wer das überstanden hatte, erhielt eine Sanitätsurkunde und durfte einreisen. Das Befahren des Stromes mit seinen unterschiedlichen geografischen und kulturellen Gegebenheiten war für Reisende ein schwieriges Unterfangen und erfolgte meist stromabwärts und hier nur bis Belgrad. Die Reise, etwa nach Konstantinopel, wurde dann auf dem Landweg fortgesetzt. Die Donau war berüchtigt für den sogenannten Wasserschub, also der Abschiebung unliebsamer Personen. Unter Maria Theresia wurden zweimal im Jahr Bettler, Landstreicher oder Posituierte zwangsweise auf Schiffe gebracht und in das Temeschwara-Banat verfrachtet. Die Geschichte des Donauraumes ist aber auch die eines Konfliktraumes. Auseinandersetzungen um Territorien und Vormachtstellungen zwischen dem Osmanischen Reich, der Habsburger Monarchie und dem Russischen Reich prägen die gesamte Neuzeit. Peter Wadayn, hoch über dem Strom bei Novi Saad, war eine der größten Festungen Europas im 17. Jahrhundert. Die Donau war für 250 Jahre Konfliktraum zwischen dem Habsburger Reich und dem Osmanischen Reich. Hier fanden Feldzüge, Schlachten, Belagerungen statt, ebenso wie Erkundungsmissionen. So hatte der kaiserliche Kriegskommissar Heinrich Ottendorf den Auftrag, 1663 die Donau entlang von Buda nach Belgrad zu reisen. Er sollte genaue Aufzeichnungen über Lage, Art und Stärke der osmanischen Befestigungen machen, also schlicht und einfach Spionage betreiben. Sie hörten Teil 1 einer Reihe über die Donau. Es erzählte die Historikerin Elisabeth Zeilinger. Vom Schwarzwald bis zum Schwarzen Meer, die Donau. Heute die Schifffahrt. Es berichtet die Historikerin und Kuratorin Elisabeth Zeilinger. Vor dem Zeitalter der Eisenbahnen war der Wasserweg die bequemste und kostengünstigste Transportvariante. Auf der Donau wurden Zillen und Plätten als Lastschiffe eingesetzt. Sie beförderten sowohl Güter als auch Personen. Die Namen der hölzernen Ruderschiffe lauteten Kehlheimer, Trauner oder Ulmerschachteln. Kehlheimer waren bis zu 40 Meter lang und transportierten Salz, Holz, Erz, Steine, Wein, Getreide und Vieh. Es wurden damit aber auch Soldaten oder Auswanderer verschifft. Die Fahrt von Regensburg nach Wien dauerte mindestens eine Woche. Ab 1696 fuhren die sogenannten Ordinari-Boote regelmäßig einmal pro Woche. Übernachtet wurde meist an Land. Für Personen oder empfindliche Waren gab es an Deck eine Hütte. Die Mannschaft stand auf hölzernen Stegen, um die langen Ruderbäume zu bedienen. Hochgestellte Personen konnten in privaten Leibschiffen schneller und luxuriöser reisen. Für die Bediensteten für Vorräte, Küche, Musik, Gepäck und Pferde gab es eigene Begleitschiffe. Gute Schiffe überstanden mehrere Fahrten. Viele wurden aber nach nur einer einzigen Reise stromabwärts zu Brennholz zerlegt. Denn aufwärts mussten sie gezogen werden. Dabei wurden mehrere Frachtschiffe mit Seilen verbunden und vom Pferden stromaufwärts getreidelt. Die Pferde mussten bereits auf eigenen Lastschiffen stromabwärts mitgenommen werden. Da Treppelwege die Uferseite wechseln, wurden auch die Pferde über den Strom gesetzt. Auf der Donau fanden ab 1818 Probefahrten mit Dampfschiffen statt. 1830 legte ein Dampfer die Strecke von Wien nach Budapest in etwas mehr als 14 Stunden zurück. Retour, also stromaufwärts, waren es dann über 48 Stunden. Die Gründung der DDSG erfolgte 1829. Die erste KKK-privilegierte Donau-Dampfschifffahrtsgesellschaft nahm 1830 den Linienverkehr auf, besaß eigene Werften sowie Bergwerke zur Kohlegewinnung für die Dampfmaschinen. 1880 war die DDSG die größte Binnenrederei der Welt. Ihre Flotte bestand aus über 200 Dampfschiffen und etwa 1000 Lastkinnen. Große Bedeutung hatte die Dampfschifffahrt für den Transport von Gütern und Lebensmitteln von Ungarn nach Wien. Regulierungsmaßnahmen und die Entschärfung der gefährlichen Stellen, etwa im Strudengau und beim Eisernen Tor, mussten nun in Angriff genommen werden. 1854 schlug die kaiserliche Dampfjacht Adler an einem Felsen im Strudel Leck und Kaiser Franz Josef und Elisabeth mussten auf ein DDSG-Schiff umsteigen. Dann wurden Felsen gesprengt. Aus der gefährlichen und unberechenbaren Fahrt wurde im Lauf des 19. Jahrhunderts eine interessante und touristisch vermarktete Reise. Regelmäßigkeit, Komfort und Zuverlässigkeit machten Dampfschiffe attraktiv. Auf der Donau wurden auch Kriegsschiffe zum Grenzschutz und zur Überwachung eingesetzt. Diese Ceiken waren schmale und flache Boote. Sie konnten gerudert, aber auch gesegelt werden und hatten eine Besatzung von 30 Mann. Im Kriegsfall wurden sie mit Kanonen bestückt. Die Stützpunkte lagen in Ungarn, in Komorn und an der Theismündung. Ein Ceiken-Bataillon war bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts Teil der KAKA Donauflotilie. Ab den 1870er Jahren wurden Panzerschiffe, die sogenannten Donaumonitore, eingesetzt. Sie befuhren die Donau im Bereich der österreichischen Monarchie. Sie hörten den zweiten Teil der Reihe Vom Schwarzwald bis zum Schwarzen Meer, die Donau. Vom Schwarzwald bis zum Schwarzen Meer, die Donau. Heute die Brücken über die Donau. Es berichtet die Historikerin Elisabeth Zeilinger. Die Donau war immer ein wichtiger Verkehrsweg. Aber sie bildete auch eine Barriere, die nur schwer zu überwinden war. Im Bereich der österreichischen Donau gab es bis weit in das 19. Jahrhundert nur drei Brücken. In Wien, in Kremsstein und in Linz. Es handelte sich dabei um Holzkonstruktionen, sogenannte Jochbrücken, die regelmäßig von Hochwassern und Eisstößen beschädigt wurden. Damit waren diese Brücken für einen Teil des Jahres unpassierbar. Einzig die berühmte Steinerne Brücke in Regensburg war ganzjährig benutzbar. Sie wurde um die Mitte des 12. Jahrhunderts über beide Arme der Donau erbaut und überstand alle Katastrophen. Bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts konnte die Donau bei Wien nur mit Fähren überquert werden. Diese befanden sich in Nussdorf und in Erdberg. Unter Herzog Albrecht V. entstand um 1440 die erste Donaubrücke. Aufgrund der vielen Arme und Inseln war es notwendig, zwölf Holzbrücken und Stege dafür zu errichten. Bis 1875 gab es nur diese eine Brücke. Der so wichtige Weg nach Norden musste häufig nach Hochwasserkatastrophen mit hohen Kosten erneuert werden. Ende des 17. Jahrhunderts wurde dieser Brückenzug stromabwärts verlegt. Der Weg verlief nun über die heutige Taborstraße und am Tabor. Kaiser Maximilian I. gestattete 1497 den Bau der Linzerbrücke. Die Holzkonstruktion bestand aus 21 Jochen und hatte eine Breite von 2 bis 3 Metern. Von großer Bedeutung war dieser Donauübergang für die Verbindung mit Bömern. Immer wieder musste die Brücke erneuert oder ausgebessert werden. 1830 wurde sie von einem Eisstoß völlig zerstört. Der Historiker und Topograf Benedikt Pillwein schrieb dazu. Am 1., 2. und 3. Februar hatte die Kälte 23 Grad erreicht und die Donau war ganz zugefroren. Am 25. abends, 6 Uhr, wurde die Brücke durch den Eisstoß bis auf drei Jöcher weggerissen. Pontonbrücken boten eine weitere Möglichkeit der Donauüberquerung. Solche Brücken bestanden aus nebeneinanderliegenden, verankerten Booten, die mit Holzbohlen verbunden waren. Darauf lagen Bretter, oft gab es auch ein Geländer. Im Winter mussten sie jedoch abgebaut werden, um Beschädigungen durch Treibeis zu vermeiden. Bootsbrücken waren auch bei Hochwasser und schlechtem Wetter eine gefährliche Angelegenheit und sie waren ein großes Hindernis für die Schifffahrt. Eine derartige Bootsbrücke verbannt die beiden Städte Buda und Pest bis zur Fertigstellung der Seceni-Kettenbrücke 1849. Für Ungarn besaß die Kettenbrücke enorme Bedeutung und war von nationalem Prestige. Sie war bis zur Errichtung der Wiener Brücken im Rahmen der Donauregulierung die einzige stabile Donaurebrücke in der österreichischen Monarchie. All die genannten Brücken wurden als zivile Objekte gebaut. Bei militärischen Operationen war es üblich, Flüsse mittels temporärer Pontonbrücken zu überqueren. Eine dieser Brücken, die im 6. Türkenkrieg 1717 über die Donau bei Belgrad errichtet wurde, spielte auch im Lied Prinz Eugen der Edelritter eine zentrale Rolle. Zum Schluss möchte ich noch die fliegenden Brücken erwähnen. Es handelt sich dabei aber um eine Art von Fähre. Ein Frachtschiff, das an einem in der Donau befestigten Seil hing, konnte durch die Stellung des Ruders mit Hilfe der Strömung ohne Abdrift den Fluss queren. Fliegende Brücken gab es im 19. Jahrhundert etwa in Mauthausen und in Aschach. Die Donaubrücken. Sie hörten Teil 3 einer Reihe über den zentralen Strom Europas. Vom Schwarzwald bis zum Schwarzen Meer. Die Donau. Heute die geografischen Karten des Donauraumes. Es erzählt die Historikerin und Kuratorin Elisabeth Zeilinger. Durch die kriegerischen Auseinandersetzungen mit dem Osmanischen Reich gab es in ganz Europa enormes Interesse am Donauraum. Die großen Kartenverlage hatten immer eine oder mehrere Karten der Donauländer in ihrem Programm. Diese Karten ließen jedoch sehr an Genauigkeit und Aktualität zu wünschen übrig. Aus den von den Osmanern kontrollierten Gebieten lagen keine verlässlichen geografischen Daten vor. Auch spielte Geheimhaltung aus militärischen Gründen eine große Rolle. Daher musste auf veraltete Vorlagen aus dem 16. Jahrhundert zurückgegriffen werden. So wurde die Richtungsänderung des Donaulaufes bei Watz, Weizen, von West-Ost nach Nord-Süd nicht dargestellt. Erst Guillaume de Lille zeigte 1703 auf seiner Carte de la Hongrie das charakteristische Donauknie in Ungarn. Doch woher hatte der in Paris wirkende, berühmte französische Kartograph diese Informationen? Sie stammten von Luigi Ferdinando Graf Marsili, dem Begründer der Donauforschung. Marsili studierte Mathematik und Naturwissenschaften in Bologna. 1682 trat er als Ingenieuroffizier in die Dienste der Habsburger. Er nahm an den Türkenkriegen teil und befand sich auch in osmanischer Kriegsgefangenschaft. Von Kaiser Leopold I. wurde er zum Gesandten und Bevollmächtigten ernannt. Nach dem Ende des Großen Türkenkrieges wurde 1699 im Frieden von Karlowitz die Grenze neu gezogen. Marsilis Auftrag lautete, diese neue Grenze zu vermessen und zu kartieren. Auf ausgedehnten Reisen gewann Marsili genaue Kenntnisse der geografischen Verhältnisse und nahm Ortsbestimmungen vor. Marsilis bedeutendstes Werk galt dem Donauraum. 1726 erschienen sechs großformatige Bände mit 288 Kupferstichen. Eine illustrierte Enzyklopädie in naturräumlicher und historischer Hinsicht. Band 1 enthielt die ersten genauen Karten der Donau sowie geografische, hydrographische und astronomische Beobachtungen. Seine großformatige, detailreiche Stromkarte in 18 Teilen zeigt die Donau von Wien bis zur Mündung der Jantra in Bulgarien im Maßstab 1 zu 100.000. Die weiteren Bände sind archäologischen, historischen und naturwissenschaftlichen Forschungen im Donauraum gewidmet. 140 Jahre später erschien eine beeindruckende Karte des damals österreichischen Abschnittes der Donau. Von Passau bis zum Eisenland Tor im heutigen Rumänien im Maßstab 1 zu 28.800. Diese mehr als 36 Meter lange Karte wurde nach dem Hydrotechniker und Beamten Florian Passetti benannt. Durch Zwickelsegmente wird auch der Nord-Süd-Verlauf des Stromes korrekt dargestellt und es kann eine zusammenhängende Karte, ein Leporello, hergestellt werden. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts dient die Donau der Erschließung eines großen Wirtschafts- und Kulturraumes. Als verbindendes Element der Donaumonarchie hatte sie hohe Symbolkraft. Die systematische Regulierung war ein wichtiges Infrastrukturprojekt nach der Revolution von 1848 und für die Dampfschifffahrt von großer Bedeutung. Die Passetti-Karte bietet einen einzigartigen Blick auf die Donau und ihre Ufer. Sie hatte den Zweck, ein öffentliches Bewusstsein für das Megaprojekt der Regulierung zu schaffen. Heute zeigt sie uns die Donau vor diesen einschneidenden Veränderungen. Sie hörten Teil 4 einer Reihe über die Donau, vom Schwarzwald bis zum Schwarzen Meer, die Donau. Heute die Zähmung des Stromes. Es berichtet die Historikerin Elisabeth Zeilinger. Es ist uns heute gar nicht mehr bewusst, wie sehr die Donau mit ihren zahlreichen Armen, Inseln und Sandbänken die städtebauliche Entwicklung Wiens prägte. Überschwemmungen kamen oft mehrmals im Jahr vor, verursacht durch Schneeschmelze, Eisstöße oder Starkregen. Sie veränderten das Flussbett permanent und verlagerten den Strom in nordöstliche Richtung. Durch Regulierungsmaßnahmen sollte ein wirksamer Hochwasserschutz geschaffen und gleichzeitig der Fluss in der Nähe der Stadt gehalten werden. Immer wieder waren Pläne erstellt und einzelne Maßnahmen gesetzt worden. Dennoch war die Donau im Raum Wien bis 1870 kaum reguliert. Nach katastrophalen Überschwemmungen in den Jahren 1830, 1849 und 1850 wurde eine Regulierungskommission eingesetzt. Die meisten Mitglieder waren für die Schaffung eines neuen Flussbettes näher an der Stadt, ähnlich wie es heute besteht. Eine kleine, aber sehr einflussreiche Gruppe plädierte für die Belassung des alten Strombettes mit Korrekturen. Sie blockierte eine Einigung auf Jahre. Erst 1868 konnte das Projekt eines künstlich geschaffenen neuen Strombettes genehmigt werden. Die Kosten betrugen etwa 25 Millionen Gulden, das wären heute mehr als 330 Millionen Euro. Die zweite Regulierung der 1980er Jahre kostete über eine Milliarde Euro. Zwischen der Wiener Pforte und Fischermend sollte ein möglichst gerades Flussbett das Befahren des Stromes erleichtern und die Bildung von Eisstößen verhindern. Eisstöße wurden für fast die Hälfte aller Hochwasser verantwortlich gemacht. Am 14. Mai 1870 nahm Kaiser Franz Josef den ersten Spatenstich vor. Für das neue Strombett wurden 16 Millionen Kubikmeter Erdreich ausgehoben, zum Teil mit Maschinen, die vom Suezkanal nach Wien geschafft worden waren. Es waren auch tausende Arbeiter beschäftigt, die unter katastrophalen Bedingungen arbeiteten und lebten. Fünf Brücken entstanden gleichzeitig in Trockenbauweise. Die Kaiser Franz Josef Brücke, heute Floretsdorfer Brücke, die Kronprinz Rudolf Brücke, heute Reichsbrücke, sowie drei Eisenbahnbrücken. Die Bauzeit des Gesamtprojektes betrug fünf Jahre. Im Mai 1875 fand die Eröffnung des Schiffsverkehrs statt. Die durchgehende Regulierung, die Abdämmung von Nebenarmern, die wirtschaftliche Nutzung und Trockenlegung der Auen, aber vor allem die Errichtung von Staustufen veränderten den Strom massiv. Heute gibt es zehn Kraftwerke an der österreichischen Donau. 1984 sollte einer der letzten freifließenden Abschnitte der Donau von Wien bis Heimburg durch ein Großkraftwerk zerstört werden. Mit einem Sternmarsch in die Heimburger Au am 8. Dezember 1984 formierte sich der Widerstand. Als die Proteste ignoriert und mit Rodungen begonnen wurde, kam es im Dezember 1984 zur Besetzung der Stopfenreuter Au. Protestaktionen in ganz Österreich brachten das Projekt schließlich zu Fall. Es dauerte aber noch über ein Jahrzehnt bis zur Gründung des Nationalparks Donauauen, der sich von Wien bis zur Einmündung der March erstreckt. Eine der größten intakten und zusammenhängenden Aulandschaften in Mitteleuropa. Sie hörten den letzten Teil der Reihe Vom Schwarzwald bis zum Schwarzen Meer, die Donau. Es erzählte die Historikerin und Kuratorin Elisabeth Zeilinger. Den nochmal zur Entdeckung des letzten Teilen Aulandschaften in Mitteleuropa. Für die Zukunft der Vertragung des恩haums in Mitteleuropa.